Was geht ab, Leute? Der Flut ist mal wieder am Start mit einem neuen Video. Wieder 1 vs. 1. Ihr seht die Klasse. Ganz wilde Klasse. Oh, so schlecht. Was habe ich denn da gemacht? Uff. Auf jeden Fall, Jungs. Ihr wisst, letztes Mal habe ich gewonnen. Ich habe so eine richtige Scheiß-Klasse erstellt. ASM, Quickdraw, Schalldämpfer und einfach dieses Holo-Visier. Alter, pfuchst binne. Das schlechteste Visier ever. Ganz, ganz krass. Auch so richtige Dulli-Perks. Trotzdem agil, Jungs. Agil muss einfach sein. Weil agil... Oh, lol. Die ist ja übel OP. What the fuck? Oh, lol. Hier, so ein neues Schild, ne? Das ist jetzt das Update für die Season... Season 7. Boah, ich komme jetzt hier gerade so scheiße, ne? Weil ich schwitze gerade einfach ein bisschen rein. Auf jeden Fall, morgen kommt der neue Battle Pass. Ja, ich denke, das Video wird eine Woche später kommen. Weil ihr wisst, Prüfung, dies, das. Ihr habt es in den anderen Videos von Infiant Expert gesehen. Boah, Alter, der Laser, ne? Ah, uff. Ah, der schwitzt, Alter. Der Kollege ist auch Legendary. Hier, Pyrododo, Py, Pyro, Dudu. Ja, let's go, Alter. Schön predicted. Alter, das wird so ein Sweaty 1 vs. 1. Boah, bin ich eingespielt? Jein. Also, letzte Tage ein bisschen gezockt. Ah, fuck. Lul. Ach, komm, der D-Sync. What the fuck? Ich war absolut hinter der Wand und wir haben keinen Vollmäntel drauf. Oh, der Spawn Trap, du Ehrenloser. Alter, er ist gut. Fuck, Jungs. Ich hoffe, wir scheißen diesmal nicht wieder so heftig wie sonst im Modul. L, Alter. Ich dachte schon, der heilt sich jetzt absolut hoch. Wir kriegen den nicht mehr. Das war frech gewesen. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Ja, so wichtig. Let's go. Oh, der Camp, oh, ich, oh, das war eklig, ne? Das war eklig. Aber, Leute, 6-6, ne? Oh, der, boah, yo, Bruder, was, was, Alter? Ja, nein, oh Gott, Mann, Alter, Bruder. Fuck, Alter. Ja, 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 komm, komm, komm. Bruder, nein, 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 lauf nicht weg. Oh, let's go. Nice, er ist so in mein Prefile reingesprungen. Mann, geil, Mann, geil. Feier ich. Sehr, sehr geil. Ja, let's go. Oh, der Auto, 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 Auto-Aim heißt, ne? Hat gerade richtig reingeschöppert. Ja, let's go. Uff. Ja, let's go. Uh, Leute, was geht nicht ab? Die Dropshots sind immer kritisch, ne? Immer kritisch, die Dropshots. Lol, habt ihr den gerade gesehen? Fuck, Alter, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er den Reaper spielt. Der so ein bisschen verschmilzt ist, gerade mit dem Bus hier. Aber ich habe den gerade absolut nicht gesehen, oder? Ich bin einfach mal wieder fucking blind. Was, was? Oh, von da habe ich ihn gar nicht erwartet. Oh, mein Gott, was? Nein. Nein, nein, nein. Ah, fuck, 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 fuck. Nein, nein, er braucht noch zwei Kills. Nächstes 1 vs. 1. Seit wann seid ihr Abonnent? Über welches Video seid ihr auf mich aufmerksam geworden? Eins davon beantworten gern auch beides. Einfach mal wieder so kleine analytische Umfrage, Lul. Wichtig, 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 und ich scheiß rein, nein. Ah, Mann, also ich spiele sogar Zähigkeiten, der flinscht so zurück. Ja, komm, komm, komm. Ey, wenn, oh, Alter, wenn wir das noch reißen würden. Und geschissen, geil. Ah, fuck, Leute, Alter, der war so verschwitzt. Ja, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, seit wann ihr Abonnent seid, beziehungsweise über welches Video ihr auf mich aufmerksam geworden seid. Ah, Leute, es war wieder richtig, richtig schön. Nächstes Mal sucht ihr ihr die Klasse aus. Wie immer auf den Discord kommen, den richtigen Kommentar schreiben, dann wird ausgelost. Und ja, Leute, ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal.